Heute ist Freitag, der 4. Juni 2021. Getzinger Hirs ist unser Guide. Der Moser Franz überwacht es. Die Peterlumpen sind da ganz hinten. Und wir fahren heute rund um den Wallersee. Bei herrlichstem Wetter. So, wir haben 4,25 Grad. Morgen soll es schon wieder regnen. Heute ist Freitag. Gut, dass wir Videoaufzeichnungen haben. Ich kann nicht bremsen. Ich kann nicht bremsen. Es tut mir leid. Das ist das mit dem Wetter. Ich kann nicht bremsen. Ich bin schon. Ich kann nicht bremsen. 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 Das ist richtig. Grüß dich! Am Fenninger Spitz vorbei. Richtung Hennendorf. Chicken Village. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß. Grüß dich. Grüß dich. mal Franz. Irgendwie hat da einen Tieferenton gehabt. Jetzt haben wir den Stopp. Wo der läuft. Ich weiß nicht. Wir müssen noch mehr schalten. Jetzt habe ich schon die Stufe 3. Ich bin auf 3. Ich werde mich nicht so schinden. Wenn jetzt ein Radler kommt, schaut schlecht aus. Hier eine. Kamera läuft. Das sind das letzte Meer da links abhoben, oder? Ja, ich weiß schon. Das ist auch so ein Zacken da rein. Wenn du den übersehen hast, dann bist du schon in Hendorf. Ja, ich habe schon eine Schöpfung. 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 Ja, ja. Da wollen wir. Genau. Und jetzt die Endrunde. Ich habe schon eine Schöpfung. Ich habe schon eine Schöpfung. Das ist nicht so, ob es etwas passiert, was die Brüder auch nicht Ich weiß Wait. I don't know. I don't know. Ich hab die Kamera runtergeschwenken müssen, die war jetzt hoch, jetzt hab ich stehen bleiben müssen. Ja genau, haben die ihn auch asphaltiert, aber so neu hat es ja gar nicht ausgeschaut. Aber irgendwas ist besser geworden. So ist der 3G Test wahrscheinlich. Machen sie du einen 3G Test. Ich muss ja filmen auch ein bisschen. Boah, der ist mit dem Auto da weggefahren. Oh. 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 Und jetzt kommt es. Ich muss ein wenig filmen. Ich muss ein wenig filmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Asphalt kocht, genau. Der Borda wäre schön. Wir wären schon mit 40 Grad gekommen. Der Borda wäre schön. Der Borda wäre schön. Der Borda wäre schön. er ist wieder da immer einen Sprung mitnehmen, man tut mal los nicht vor der Kasse Schöpving 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020